Das Veganista ist das erste vegane Eislokal Österreichs. In der Neustiftgasse im 7. Wiener Gemeindebezirk bereiten die Schwestern Cecilia und Susanne Eis ohne tierische Produkte zu. Die beiden sind selbst seit Jahrzehnten Veganerinnen. Eis ist so eine Kindheitserinnerung, oder? Und als Veganer kann man kein Eis essen. Zumindest nur so ein Bäs. Und so ein Bäs, ja, ist irgendwann mal fad. Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht sollten wir unser eigenes Eisgeschäft aufmachen. Dann können wir selbst entscheiden, was für Eis wir produzieren. Bei einer veganen Lebensweise sind alle Produkte tabu, die von Tieren stammen. Nach diesem Grundsatz funktioniert auch das Veganista. Also im Prinzip, wir verwenden halt wirklich hochwertige Sachen, hochwertige Rohstoffe. Die Basis ist verschieden. Es kann Sojamilch sein, Reismilch sein, Hafermilch sein, Kokosmilch. Es ist ganz verschieden. Es kommt ganz auf den Geschmack an. Und ja, da haben wir ein bisschen rumgetüftelt, was gut zusammenpasst. Und dann, ja, hoffentlich haben wir das jetzt gut gemacht. In vielen Eisdielen gibt es vegane Eissorten. Aber ein Lokal, das ausschließlich veganes Eis anbietet, gab es bisher nicht. Früher habe ich kaum Eis essen können. Und jetzt endlich ein Eisladen, wo alles vegan ist. Das ist einfach super, weil man muss nicht mehr nachfahren, sondern kann sich einfach auswählen, die Eissorten. Wenn das Veganista gut läuft, wollen Cecilia und Susanne weitere Filialen eröffnen, um noch mehr Veganer mit ihrem leckeren Eis versorgen zu können.